so ganz hoch also kann man es doch auch schon gut lesen ja ja weil wenn du hoch kletterst für was ich bin gerade am dokumentieren ja guck mal das kann man auch gut lesen wird schon abgeschossen schießt du zurück ich muss sie doch gut aus aber hallo hat auch was mit der schrägen schrift unten erwarten wir unten müssen wir noch gerade ziehen das ist so ein bisschen verknittert er hatte mein film doch noch ja ja gleich beim bild kommt ja ins internet da werden wir dann drauf machen sektion fanatics wieder eröffnet sieht doch ganz gut aus so wenn wir wollen können wir irgendwann hat noch alles mal gelbisieren aber guck das logo sieht sehr gut aus dann guckt schon so wenn wir nur einheitlich an sind alle und alle drommeln haben dann beben die und zittern die wenn wir da kommen die gegner ja 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 Das soll ja...